Andrik, ich kenne mal, was das hier steuert. Es ist fast, dass ich den Schneidert Stift hier bin. So, ich habe das hier hier aber... und ich habe mich ein bisschen nach dem Mandau angestellt, ich habe mich ein bisschen schönes Fleisch gekauft, mit den Mietzchen, Hüngen und Pildern und Sied und Fleisch. So, ich habe es schönes Bestecker und Schederfleisch. Andrik, ich kenne mal. Ich kenne mal, Andrik, mit einem Kuss ein. Die haben die drei Doss hier. dass hier das sind die grüne Dostes Fleisch und hier haben sie Bläwe und hier haben sie noch mal brühen, mit den Schmerk gemützten Ohren. Das sah ich hier schönes Fleisch. Sieh, das sah schönes Fleisch. Das ist das, was wir auch ein paar Jahre machen. Ah, sieh, 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 sieh. Ich habe ein Sesam draufgegeben und ein Aufschlag. Ja, ein feiner Aufschlag. Ja, sonst ist es weit mit dem Projekt mitnehmen. So, ich komme hier... ... mit zwei Gräunen... Sie? ... mit zwei Gräunen und die Verbläven mitnehmen. Ich mache die Miete an. So... Ich brauche nicht so ein Teil. Ich brauche noch... So, unsere Löschung, das glaube ich dreht. Das lebt mir jetzt das... Nein, hier, klick, Händel. Hier haben wir noch die Löschung Kalflags. Meine Miete an. Hier sind die Löschung Kalflags. Hier sind die Löschung Kalflags. Ah, dort wird wieder aufgefügt. Wann ist das Bild hier geworden, ey? Ich krieg's nicht Aufschlag, das ist Bild hier geworden. Ja, sonst wird ein paar mehr annehmen. Wann noch was hier machen wir an? Wann noch was hier machen wir an? Hier sind zwei Miete an. Und das... Das... Das ist wie ich mag. Das sind die Gröschung Kalflags. Das ist das Kalflags. Das ist das Kalflags. Mit den Schmagen hinterher. Das Kalflags wollte ich mit mitnehmen. Das wollte ich proben. Das habe ich nicht bescheuert. 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 erscheint schmeckt. Denn hier haben sie noch Meierlöschen, Cornflakes. Ah, sie kippt jetzt Cornflakes. Sieh? Hier haben sie auch einen Hund an. Huch, das ist hier eine graute Lösche. Das ist das, das ist das Cornflakes. Sieh so einen Hund, ich schmecke Hund an, Henrik. Ja, das Cornflakes hat mich klein. Oh, da leckst du mal in die Hüße. Andere muss, Henrik, ich mach mal einen Cornflakes, denn ich hab alles an. Oh, ich mach mal einen Cornflakes. Ich mach mal meinen Cornflakes, ich mach mal einen Cornflakes. Schau mal. Mein, ich mach mal einen Cornflakes von meinem Bauer hier für jeden. Aber das kann ich jetzt noch mal sagen. Das ist sie, der wird schein schmecken. Sieh, dann hab ich hier noch, äh, sieht mal hier, hier haben sie noch, äh, das sind so ein kleinwilliges Fleisch. Das, glaub ich, äh, das ist so ein, äh, wie's der Granchero mehr. Sieh? Ich, das, 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 der, äh, ein Hund an der Hand, der Hwing, der wird auch schein schmecken. Und so was ich, das war nicht so vällig zuwenden. So haben wir deshalb von zugehörd � вниз. Ist nicht knap. Man tr ganhar locals wie auch diese Hwingad denn? Einmal ist es, dass wir,ąż arriba- -die 표현en, das pour Verse, dass ich etwas in Ordnung so Diana mache, wie um, das Papierst supply ist. Ja! Ich habe mich herumlaufen, heute ist raus gekommen, weil dieShow привathas alt Shah rein und wirdinha�erladen werden, also, warte viel Journey. und dann direkt hier noch schieben und dann haben wir dann auch direkt die Fem-Bruhung und dann habe ich hier noch so ein bisschen rote Salsa ewig geboten und ich kenne was ich von Schwein in den Eben habe und dann noch mein Coca-Cola das war es da Oh, Jochen, ich bin Schwein in den Eben, kenne ich was da sein da ist eine kleine Dose von Fleisch mit dem Mead hier drin das schmeckt ein bisschen Stauke bei dir es schmeckt Schwein, sehr schönes Fleisch aber leider, ich mache mich oder wie du willst, ich würde sagen, ich komme jetzt mit dem Mead hier drin